ARD Text im Auftrag von Funk Was soll diese alberne Verkleidung? Ja, das habe ich Raimund auch gefragt. Und dann hat er mir zu verstehen gegeben, dass es besser wäre, du würdest nichts davon erfahren. Ich wünschte, ich hätte den Mut zu gehen. Aber ich weiß nicht wohin. Raimund ist... Raimund ist nur an sich selbst verliebt. Wir sind ihm scheißegal. Du bist gekommen, um alles kaputt zu machen. Weil ich die Wahrheit ausspreche? Du bist nicht sein Sohn. Es wird der Moment kommen, in dem du dich dafür schämen wirst, dein Innerstes vor Raimund preisgegeben zu haben. Und dieser Moment wird nicht nur für dich, sondern vor allem für mich eine große Erlösung werden. Und jetzt hörst du mir mal ganz genau zu. Und jetzt hörst du mir mal ganz genau zu. Gehen Sie das bitte sofort zurück, und verlassen Sie meinen Laden. Vielleicht kotzt du doch, du kleine Schlampe, dass du mir sagst, was ich tun soll. Guten Tag, ich bin Patrick. Meine Mutter meinte, dass dir der Name bestimmt gefallen würde. Was mich betrifft, da war sie sich nicht so sicher. Warum taucht er ausgerechnet heute auf? Heute ist ein Tag wie jeder andere, nur mit dem bitteren Beigeschmack, dass ich wieder mal ein Gehälter bin. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht.